So, er meint das sei es gewesen. Es sei genug Blüten, Rot und Brie. Aber er merkt noch eins. Wenn ihr Grüezi nicht das Gefühl habt, die Sache sei gelaufen, vorbei ist ja ohne der Gespaß er schon. Du hast recht mit dem Müllwurf. Nazis haben früher so Schlüssel gebraucht, um alles Mögliche in die Luft zu sprengen. Brücke, Gebäude. Und ihr glaubt, Team Wallis ist kein Sprengsatz zu verbieten. Das ist möglich, fragt sich nur wo. Aber wenn ich schaue, dass ich immer mit Zucker komme, dann bringen sie nicht von mir um. Darum geht es ja auch nicht alleine dort runter. Du gehst mit Belinda Benz jetzt. Wenn es dir nicht gefällt und deine Tante auf ihn würde flüchten zu viel. Zeiss! Sie wird immer am Schluss den Arsch retten. Nein! Ich sprang und jetzt! Nein! Nein! Was ist das? Nein! Weil wir sie und bleiben verdammte Scheissjugger. Und ja, dann passiert ja was mir passieren. Du willst, dass ich mich prostituiere? Nein! Nein! Otto! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020